hey leute ich bin wieder da und ich will noch was sagen ich grüße von meiner schwester den freund wie er jetzt heißt sage ich jetzt unbedingt nicht hoffentlich sieht ihr das video hoffentlich liked ihr das video hoffentlich gibt ihr das video einen damm hoch wir spielen jetzt schlitter joo schlitter joo das beste game der welt ist nein du reißt mich nicht ein meine schwester schaut grad ins my life eigentlich wollte mein freund max heute kommen ich wollte mit den amazing experiment 2 aufnehmen aber er ist nicht gekommen keine ahnung wieso aber interessiert euch eh nicht und wir wollen heute versuchen auf dem hot top 10 zu kommen das ist jetzt unser ziel hoffentlich nein ich bin auch so schlechten schlitter joo auf jeden fall ladet euch auch runter viele kennen es bestimmt schon von euch oh das ist jetzt mein ziel ich muss den da versuchen zu zu explodieren lassen das ist jetzt mein ziel los oh nice 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 leute da schon mal nice den kreisen wir lassen mich hier reingelaufen zum gut ist ich will diesen punkt da kriegen hier wo hat er muss chillen was das kann was ich hab glaube ich meine schwester geredet ich nenne doch wenn du mich sie erst kann weil das ist ihr spitzname ja oh halte 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 leute seht ihr das auf glich ja ich bin auch so ich bin auch so ja ich bin immer wenn da so mega viel punkte sind dann dann im rest Dann lasse ich immer aus, dann gucke ich nicht auf das Spiel, dann verliere ich. Seht ihr? Ich gucke nie auf das Game. Aska, hast du ein Video von mir gemacht? Aska, hast du ein Video von mir gemacht? Nein. Nein. Du hast die Ketten drin, oder? Nein. Es dauert doch nicht nur drei Minuten. Jetzt gönnt er sich alles. Nicht abonnieren vergessen. Es haben schon 27 Leute gesehen und die haben es nicht abonniert. Keine Ahnung warum. Oh, what the f... Wie ich? Oh. Oh, so lange gefallet. Wee. Oh, Hilfe. Oh, Slack. Oh. Jetzt nennt ihr uns Playboy. Playboy. Diesen Namen find ich meeeega geil. Ähm, was läuft hier? Alter, habt ihr das gesehen? Äh, ey, 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 Keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Jetzt kann ich so auf ein Video... Hä, Leute, habt ihr das gesehen? Ich hab die noch nicht mal berührt. Jetzt kann ich so auf ein Video hochkommen, wegen der Schule und alles. Aber ich glaub, dass so am Wochenende ein Video oft hochkommt. Vielleicht nur. Aber hoffentlich ja. Aha, hoffentlich hab ich am Wochenende keine Hausaufgaben. Ey, du, 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 ist meins, 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 meins. Ey, du, 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 du. Hier kommt dein Dad. Nu ist mein Dad. Los, 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 los. Los Santos. Wop, hier kommt Playball. Oh, ah. Nur, weil es lag. Das macht, das produziert mich so. Oh. Warte, ich auf jeden Fall das Spiel runter. Bestimmt kann ich schon viel von euch. Oh, jup. Ah. No, no, no. Oh, oh. No, no. Oh, unser Team ist den da zu explodieren zu lassen. Los, los, Großer. Oh, hier kommt dein Dad. Oh. 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 Ich weiß nicht mehr. Oh. Oh. Hm. hau ab werbung ich spende erst mal das part vielleicht kommt morgen wieder ein video hoch und jetzt sag ich mal tschau